. . . . . Wahnsinn! Was würden wir machen, wenn wir streiken würden? Es würden ja jeder im Bett bleiben, den ganzen Tag. Die armen alten Leute. Also, du meinst die Pflegebäde? Ja, das Pflegebäde. Also, der Assistenten? Ja. Aber wieso können wir das nicht mehr machen? Die liebste Reiken würde das gar nicht. Denn ohne euch wären wir aufgeschmissen. Eben ja, aber dann würden wir schon gerne mehr Akzeptanz. Wäre schon noch eng gebrächt. Hast du eigentlich schon recht? Hast du eigentlich schon recht? Am Morgen früh bis am Abend spät? Ja. Wir sind schon heute in dem Umzug, oder? Ja, die Handlämmer. Dabei sind die Leute so dankbar, wenn wir kommen. Ja. Ich begreife dich. Ich begreife dich. Aber wir müssen euch organisieren. Da gibt es einen Verband. Da gibt es einen Verband. Pflegeassistent Schweiz. Wir haben nur so einen Stil, weil wir beim SKP KHS zusammenschliessen. Ich muss auch jetzt zusammenschliessen. Ich muss auch jetzt zusammenschliessen. Schau. Das ist der Flyer. Ja. Pflegeassistent Schweiz. Meld dich hier an. Dann hast du auch einen Austausch mit anderen in einer ähnlichen Situation. Dann könnt ihr auch mal fusten. Aber ihr könnt euch auch beraten lassen. Ein bisschen austauschen. Ihr könnt auch Weiterbildungen machen. Ja, das ist gut. Wirklich? Gute Sache. Mache. Im Fall. Vielleicht muss man die Jagd nicht mehr von Gefühls hören. Danke vielmals. Mache.